So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist Montag, das heißt, heute gab es ein neues Samyang-Video, was ich richtig genial fand, denn diesmal gab es den Samyang-Nudel-Döner, Döner gekauft, Döner-Innereien rausgemacht, Samyang-Nudeln gemacht, Samyang-Nudeln mit Döner-Innereien vermischt und dann den Döner wieder befüllt. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Für nächste Woche Montag ist noch ein Samyang-Video vorbereitet, dann bin ich ja eh in München, da möchte ich ein Samyang-Video mit Isbo und Hannes zusammendrehen und dann haben wir noch zwei andere für dann, danach, also da ist noch ewig Samyang ist hier, also kannst du hier vielleicht heute Abend im Stream auch mal Samyang was gucken, denn es gibt ja jetzt auch die Three Spicy statt die Two Spicy und da mal gucken, wenn Leute die essen, wie die drauf reagieren, bevor ich dann meine Packung Three Spicy bekomme, habe ich bestellt, kommt das in den USA irgendwo angeliefert, dauert drei Jahre, würde mich aber mal interessieren, wie die Reaktionen da ausfallen. Da hat die Bianca mir ein paar Links geschickt gestern, ich habe gesagt, das gucke ich mir vielleicht heute an. Dann, was noch wichtig ist, bevor wir jetzt hier anfangen, weil es ist heute auch Max Out Monday, ich versuche am Montag dann immer mal ein bisschen was zu maxen, habe mir jetzt so vorgenommen, wenn ich ein legendäres maxe, das zählt wie drei normale Pokémon, äh, habe ich ja manchmal zwei legendäre gemaxed, oder ich habe sechs normale Pokémon gemaxed, wenn ich drei normale und ein legendäres habe, geht das auch, wenn ich zwei legendäre habe, sind es zwei legendäre. So, heute werde ich wieder sechs Pokémon maxen, die ein bisschen thematisch auch dazu passen, was in letzter Zeit los war, aber, Diese Woche Sonntag ist Community Day mit Seemobs, wenn mich nicht alles täuscht, 11 bis 17 Uhr, und ich bitte, ich sage das jetzt jeden Tag, in jedem Video und in jedem Stream, ich werde diese Woche am Mittwoch keine Level-Ups machen, ich sage euch ja immer Level-Ups am Community Day 11 Uhr, gerade für Hyperfreunde, beste Freunde, oder Level-Ups für Hyperfreunde, beste Freunde am Mittwoch in der Raid-Stunde ab 18 Uhr. Leute, die sich nicht daran halten und einfach Montag 13 Uhr hier beste Freunde schnell aufmachen, die werfe ich danach raus, weil mit denen gehe ich dann nicht auf Glücksfreunde, warum soll ich denen noch was schenken, wenn die da ein... Nö. Also, wer das nicht weiß, der ist ja eh nie da, der hört nie zu bei dem Video, der guckt keine Videos, der guckt keine Streams, der liest nicht, es steht ja auch neben dem Trainer-Code in der Beschreibung dabei, Level-Ups da und da. Wer sich trotzdem nicht daran hält, der fliegt halt raus, macht damit Platz für andere Leute, die Bock haben wirklich, die alles gucken und rein wollen, und ich werde diese Woche Mittwoch keine Level-Ups machen, da am Sonntag ja schon der Sea Day ist, ich werde die also vom Mittwoch auch erst am Wochenende machen, bis dahin noch mehr sammeln und ich empfehle auch jedem von euch, wenn ihr wisst, ihr steigt auf mit jemandem, macht das am Sonntag zum Community Day um 11 Uhr, die Leute werden es euch danken und ihr könnt ein Eib zünden, alles mit einmal machen und ihr kriegt auch mehr EP dadurch, als wenn jeder einfach für sich einfach aufreißt und immer mal bei dem einen Punkte verloren gehen und bei dem anderen und bei dem nächsten, es geht nicht mal nur um mich, es geht um jeden Einzelnen da draußen, also diese Woche keine Level-Ups, nicht am Mittwoch, erst am Sonntag beim Community Day 11 Uhr. Jetzt hat hier irgendjemand was eingeladen, POGE5 irgendwas hat eingeladen für ein Hitran-Raid, Hitran, Hitran, da kann ich euch auch mal was zeigen zum Hitran, und zwar kann ich euch zeigen, dass wir 236 XL Bonbons haben und ich ja 296 brauche, um meinen 100er zu maxen auf Level 50. Jetzt habe ich heute noch Zeit, ich habe bis zum Freitag, also bis zum Samstag eigentlich Zeit, Samstag 10 Uhr wechselt, der Raid-Boss. Es wird noch eine Raid-Mania am Mittwoch geben, wie gesagt, da werden noch ein paar Bonbons zusammenkommen. Am Donnerstag wollte ich ja eigentlich mit Janiya dann eine Wanderung machen und dabei auch jeden Raid mitnehmen von Hitran, den wir finden und jedes Bier, was wir finden, trinken und ja... Ich werde bis dahin jetzt keine weiteren Einladungen mehr annehmen, bis zum Raid-Boss-Wechsel. Ich werde das jetzt auf eigene Faust machen mit dem täglichen freien Pass. Also Hitran auch, bin ich jetzt raus. Braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr mich einladet, dass ich da nicht annehme, außer in der Raid-Mania, Mittwoch, 18 bis 19 Uhr. Da nehme ich jede Einladung an, die ich kriege, weil da geht es ja gerade darum, da möchte ich das ja machen. So, jetzt möchte ich ein bisschen aber noch was pushen und zwar... Angefangen heute hier mit dem Stahlos, Mega-Stahlos. Das hat schon seine Mega-Entwicklung, das ist schon drin. Ich habe mir als Ziel gesetzt, alle Pokémon, die eine Mega-Entwicklung haben, als Best Buddy zu machen, alle auf Level 50 zu ziehen und alle mit 100%. Das ist mega entwickelt gewesen. Braucht deshalb nur noch 40 Energie. Es ist 100%, aber es war noch nicht auf Level 50. Jetzt können wir es aber nachholen, weil gerade jetzt in dem momentanen Event hier, Berge der Macht oder wie auch immer, gibt es ja auch Onyx vermehrt. Aber trotzdem irgendwie seltener. Wir können das jetzt aber hier hochziehen auf 2729. Das machen wir jetzt auch direkt. So ist das auch auf Level 50. Und wenn wir es jetzt mega entwickeln würden, würde es sogar auf 4149 kommen. Und das ist auf jeden Fall deutlich mehr. Brauchen wir jetzt aber nicht. Können wir jetzt hier weglassen. Also, geh weg. Nein, ich muss da drauf drücken. Obwohl 1600, komm, wir entwickeln es einmal einfach so zum Spaß, dass wir das mal sehen. Ich sage immer, ich kontrolliere regelmäßig die Mega-Energie und entwickle immer alles, wenn ich über 1500 Mega-Energie habe, sodass ich immer weniger als 1500 habe. Das Platz ist, wieder Energie dazu zu bekommen, weil das zählt ja jedes Mal, wenn ihr es entwickelt, wieder für die Medaille dazu. Jetzt haben wir den mal hier entwickelt mit dem Pflaster am Kopf. 4149, klingt auf jeden Fall sehr genial, aber brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir, was haben wir hier? Wir haben beim letzten Mal auch ein, weil ja Winter war, das Eis-Event, Weihnachten, alles. Wir haben ein paar Eis-Pokémon gepusht. Wir haben ein Furnondor, glaube ich, auf Level 50 gepusht. Also eine Weiterentwicklung von Schnäppke. Aber das haben wir nicht gepusht. Jetzt können wir das aber auch pushen, theoretisch. Nämlich das Frostednie. Frostednie können wir auch auf Level 50 pushen, obwohl das sich eigentlich kaum lohnt. 2306. Ist das für irgendwas nützlich? Ich weiß es nicht. Hört es euch an. Ist es nicht süß? Hier drücke ich auch nochmal drauf. Dann, was als nächstes da ist, was eine Spotlight-Stunde jetzt letztens erst hatte. Monozyto hatte eine Spotlight-Stunde. Jetzt habt ihr das. Weiß ich gar nicht, wie der Typ heißt. Den pushen wir jetzt auch einfach hier hoch. Zytomega oder so. Kommt auf 3309. Der wird auch auf Level 50 gepusht, auch mit 100%. Die muss ich dann alle noch in die Level 50 Liste mit aufnehmen. Also durch Favoriten, Tags, alles markieren. Kraftreserve, Spukball. Okay. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Dann, was haben wir noch? Wir haben die ganze Zeit den kleinen Rotzbären gehabt, der überall rum saß. Da können wir hier natürlich auch ein Siberio-Weißstack, glaube ich, hochziehen. Auch auf Level 50. 3439. Das sieht gut aus. Guckt euch den Bart an. Scham und Knuddler. Oha. Den muss ich mitnehmen. In die Meisterliga reingepusht und gleich alles platt gemacht. Damit rechnet keiner. Und das ist auch noch ein Eis-Typ. Das heißt, der kriegt ordentlich aufs... So, dann als nächstes. Was haben wir noch? Wir haben noch zwei übrig. Wir haben hier noch... Kastadur-Tentanel oder so. Ist halt, wenn du den Namen wegmachst, siehst du nicht, was dransteht. Das ist auch jetzt vermehrt im Berge der Machtzeit-Event-Dingsbums aufgetaucht. Deswegen hier, das pushen wir jetzt auch mal auf Level 50. Ist eigentlich auch total sinnlos, glaube ich. Das hätte vielleicht bei 2.5 gelangt, dass das was Cooles macht. Jetzt hat es hier Metallklaue, Blattgeißel. 100 Prozent, okay. 2624. Eigentlich alles Staubverschwendung. Und wir haben noch eine Eistüte. Nicht die normale, nicht die andere. Wir haben die große, fette Eistüte. Und die werden wir jetzt auch pushen. Am Ende hier auf 3.190. Einmal so. Da weiß ich den Namen jetzt leider trotzdem auch wieder nicht. Das sind so Dinger, die sind irgendwie auch mega selten. Die gibt es auch immer nur bestimmte Zeiten gefühlt. Und dann, ja, 3.190. Wir können es mal sortieren jetzt hier nach WP. Da seht ihr, dass der Siberio eigentlich mit am coolsten noch ist. Jetzt können wir die alle mal auswählen. Können den Tag hinzufügen für Level 50, dass wir wissen, die sind jetzt alle Level 50. Das passt. Und wenn wir dann die Namen wieder wegmachen, dass die hier aus der Liste verschwinden, dann seht ihr auch alles genau, wie es heißt. Tendanel ist dabei. Frostetje. Haben wir ja erkannt. Das passt ja. Dann hier der Siberio. Der passt auch. Unser kleiner Digger. So. Dann hatten wir hier das Mega. Stolos. Äh, Stalos. Stolos. Stalos. Stalos. Da schreibe ich aber Mega dran, weil ich bei Mega immer alle Mega-Pokémon direkt finden will. Ähm, Zytomega müsste wie gesagt das heißen. Zytomega passt auch. Packen wir auch einfach bei Mega-Pokémon mit rein. Und wir haben hier, pass auf, Gelatvino. Gelatini? Gelatvino? Wie heißt der Zweite? Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich könnte nachgoogeln. Mache ich jetzt nicht. Das sind also meine sechs Pokémon für dieses Mal. Jetzt steht bei Push auch gar nichts mehr da. Und gucken, ob ich da noch ein Raid mache. Da ist noch einer. Aber, naja. Daily Pass wird auf jeden Fall gemacht, noch jeden Tag für Heatran. Ich habe insgesamt jetzt 300%ige und die müssen auch alle bespaßt werden. Ansonsten war es jetzt eigentlich jetzt von beider Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Grüße hier an den Tobi, der da gerade Freundschaftslevel erhöht hat. Sieht so aus, als könnte man auch Hyperfreunde am C-Day machen. Am Sonntag. Also denkt dran, Sonntag, Hyperfreunde, C-Day. Beste Freunde, C-Day. Ihr könnt meinetwegen auch mit Stufe 2 bis zum C-Day warten. Ihr werdet nicht rausgekickt. Und ich mache das alles dann am C-Day. Also nicht wundern. Auch die Einer versuche ich dann am C-Day zu machen. 11 Uhr. Merkt es euch. Beste Zeit. Beste Programm. Alle zusammen. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend bei Chill mit Ramses. Mit der Shiny-Verlosung vom... Jetzt weiß ich selber gar nicht mehr, was da drin war. Mit einem Shiny-Pokémon, was es letztens mal so gab. Genau. Und das für euch diesmal. Also, bis dahin. Ciao.